hey ho youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren lesestapel video von mir diesmal ganz oben liegt star lord band 1 von the guardians of the galaxy sag mal der anführer mit einer neuen solo serie die auch erst mal für so einen schnuppern preis von 9,99 rausgekommen ist ich weiß noch nichts über die serie erwarte auch dementsprechend nicht so viel allerdings da die ganzen anderen serie mit den guardians oder mit einzelnen protagonisten von the guardians of the galaxy sehr gut waren also könnte das ja auch recht gut werden geschrieben wird das ganze von sam humperius und gezeichnet von paco medien und zeichnungen sind schon mal leicht cartoon ich aber gut koloriert ausfindig und ja ich bin mal gespannt ich werde es auch ich denke mal einzeln preview sobald ich gelesen habe dann spider man spider verse der erste sonderband zu den spider man event was ja irgendwie alles bei der mensch aus allen möglichen parallelwelten zueinander führt freue ich mich schon drauf bis jetzt war das event recht gut dann harlequin mit dem dritten paperback der jetzt auch bei seinen regulären preis angelangt ist während die ersten beiden noch 9,99 kostet hat der jetzt 12,99 gekostet also drei euro teurer geworden ist glaube ich diesmal auch ein bisschen dicker weil hier noch das comic-con spezial von harlequin mit drittes drin ist plus drei us-hefte und ist halt mal wieder ich denke mal es wird wieder so recht lustig sein alles trashig angehaucht und nimmt sich selber nicht ernst ist immer wieder schön dann mit einer etwas dickeren ausgabe von den avengers mit einem edge of ultram poster ich habe die letzten beiden hefte von avengers noch nicht gelesen ich wette wollte jetzt eigentlich warten bis sie sich ein paar gesammelt haben es haben sich ja drei bei mir angesammelt das heißt ich denke mal ich werde es demnächst lesen bin schon mal gespannt drauf die finale ausgabe von superman enchained mit fünf ist die serie abgeschlossen die ja von scott snyder und jim lee von scott snyder geschrieben von jim lee gezeichnet und bis jetzt hat mir eigentlich jede ausgabe sehr gut gefallen ich bin zwar nicht mehr so in der story drin weil die letzte ausgabe schon wieder was ich glaube ein halbes jahr oder so her ist trotz dessen freue ich mich sehr auf das finale der storyline dann halt spider-man spider-verse die vorgeschichte ich weiß nicht ob man das jetzt vor dem sonderband lesen muss da beide mit juni datiert sind muss man gucken ich werde erst mal das vorwörter lesen vielleicht wird da drin stehen was man zuerst lesen muss dann die aktuelle ausgabe von batman eternal davon haben sich das mittlerweile ist das wieder das vierte heft stimmt man die welche jetzt auch zitare lesen alle vier hälfte am stück besetzt die serie sehr gut ist eins was halt so ein bisschen schwankt ist die qualität der zeichnungen ja wird es zeigen dann batman heft 36 großen city statt des todes was ja von jetzt von den du die vor an flash dran waren den wasser lato und der mannepul letzte hefte hat mir schon sehr gut gefallen hier sieht man schon wieder wenn mannepul mit dem panel spielt freue ich mich sehr darauf auf das heft und dann kommen wir zu den ersten tieren zu futures end einmal in superman heft 36 da drin sind die hefte action comics futures end und supergirl futures end wird denke ich mal wieder in der zukunft angesiedelt sein wie der rest des events freue ich mich schon sehr darauf das gleiche ist damit batman da gibt es jetzt auch das erste futures end spezial da drin sind detective comics futures end und batman superman futures end bin ich auch schon gespannt drauf wolverine noch zwei monate bis zum tod heft 23 von wolverine ist das mittlerweile das fünfte heft was sich bei mir ansammelt welchen ist auch mal alle am stück lesen müssen das war es mit panini und jetzt kommt weiter mit der ig mos collection habe ich bereits in mein grand morrison run batman video vorgestellt und zwar batmans sohn wird das auch noch mal von hat von der ig mos serie neu aufgelegt als hardcover ich finde das panini cover sehr viel schöner wie das ig mos cover dafür ist das hier halt ein hardcover mit noch so einem kleinen spezial drin comics 411 ursprünglich erschienen 1971 ich weiß nicht ob es der allererste auftritt von ich weiß nicht was da gut oder so ist keine ahnung wird sich zeigen dann harley quinn flachwitze und andere katastrophen das war die erste miniserie von der harley quinn die erschienen hinten wird es draufstehen zwischen 2000 und 2001 allerdings ist hier direkt mal ein rechtschreibfehler den was heißt rechtschreibfehler also ist ig mos nun ein fehler unterlaufen und zwar steht hier flachwitze und andere katastrophen und hier steht lachwitze und andere katastrophen ich weiß jetzt nicht was der richtige titel ist finde es aber sehr schade dass ein verlag oder ein host was ja viele abos anbietet wie gmos so ein grober fehler unterläuft da müssen sie sich auf jeden fall mal für die zukunft ein bisschen mehr anstrengen wenn das noch öfters der fall sein wird mit diesen fehlern dann werde ich definitiv auf der serie aussteigen weil ich sowas stört mich dann doch sehr das gleiche geht mit das erste jahr von der justice league of america teil 1 und teil 2 ich habe im internet gelesen dass das dass die beiden dinge also nur so von rechtschreibfehlern strotzen ich werde das mal dass man den band hier kurz auspacken um so rein zu gucken ob man vielleicht etwas sieht mit den rechtschreibfehlern zur story line justice league of america das erste jahr ist vielleicht noch zu sagen dass es 98 erschienen und das erste mal beim dino verlag und ich gucke mal ob ich das was mit den rechtschreibfehlern hier direkt sehen kann natürlich sehe ich jetzt hier nichts auf anhieb ansonsten werde ich einfach wenn ich das ding gelesen habe mal auf einzelne rechtschreibfehler zu sprechen kommen allerdings vielleicht habe ich auch die zweite auflage wichtig ohne rechtschreibfehler ist die wäre sehr wünschenswert also es ist jetzt hier nicht mit rechtschreibfehler mit rechtschreibfehlern gleich bezieht bis dann hat sich das auch wohl zogen auf das bonus was hier drin ist hier sollen auch sehr viele wörter einfach ja hier sieht man es direkt was bei denen ein wort ist hier sind die ganzen wörter ohne freizeichen aneinander geklatscht hier auch hier auch mal irgendwie ein zwei wörter über den atlantik dorthin und traf dort ist bei denen ein wort mal so als kleines beispiel also was finde ich schon sehr sehr beschissen da brauchen wir hier haben sie auch wieder so oder hier da ist die ganze ganze kasten nur vier wörter sowas finde ich absolut scheiße hier sieht man es auch direkt wieder bei den master mann hat aber der blank blase wo alles ein wort ist und ja das fängt ist eigentlich ganze zeit so hier sieht man auch dass die sprechblasen mit den die andere sprechblase reingeraten und die wörter schon fast aufeinander gedruckt sind was so eine scheiße soll kann ich überhaupt nicht verstehen mir ist auch nicht bekannt dass der dino verlag damals auch diese rechtschreibfehler bei der deutschen erste öffentlichung hatte und wäre für mich auch ein grund die serie komplett fallen zu lassen ich werde das mal die nächsten bände noch abwarten wenn das dann immer noch der fall sein sollte war es das für mich mit der ig mos collection weil ich brauche keine sammlung der laut ig mos sicht wichtigsten dc geschichten der letzten paar jahre wenn die nur so von rechtschreibfehler oder hier wo sie aus flachwitzen lachwitze machen nur so strotzt sowas errat mich dann doch zu sehr ansonsten ist vielleicht noch zu sagen wegen den mein komplettes lesestapel video weil von dem was ich immer hier vorstelle den ganzen lesestapel das lese ich natürlich nicht alles weg weil alles was ich lese reviews auch sofort also könnt ihr euch schon vielleicht erahnen was ich noch alles auf meinem lesestapel liegen habe ich wurde auch schon vor irgendwie ich glaube vor monat oder zwei gebeten dass ich mal marvel 1602 reviewen soll bis jetzt hatte ich allerdings noch nicht so die lust gehabt das zu lesen die review kommt auch sobald ich es gelesen habe und so geht das eigentlich mit allen comics bei den heften sammle ich halt ein bisschen mehr und paperbacks sind halt zu viele dafür dass ich die alle an einem tag lesen könnte worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist das video mit meinem kompletten lesestapel das hat jetzt sogar schon aufgenommen bloß ist mir da leider einmal alert passiert weil mein wäscheständer direkt hinter mir stand das sah aber ein bisschen scheiße aus bei dem video weswegen ich das dann wieder löschen musste da das video aber recht lang ging und ich da recht auch recht viele comics halt vorgestellt habe habe ich selbst noch nicht so die motivation das nochmal neu aufzunehmen und sobald ich nochmal mich aufraffe das zu machen werdet ihr das video sehen ich denke mal so in den nächsten zwei drei wochen wird es der fall sein ja das war es wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben und ein abo sehr freuen und bis zum nächsten mal jungs und mädels haut da rein bis zum nächsten mal jungs